Herzlich willkommen bei unserem neuen Videoformat Goldbrunner und Bernbeck. Mein Name ist Tobias Goldbrunner, ich bin der Sportchef dieser Zeitung und ich freue mich sehr, dass ich unseren Eintracht-Experten von Sky Sport hier bei mir begrüßen kann. Marc Bernbeck, Marc, alle reden über Kevin, Prinz, Boateng, aber wirklich auch alle. Macht dieser Transfer Sinn? Ich glaube, dass zu Recht alle drüber sprechen. Das ist eigentlich der Knallertransfer und hätte das jemand vor einer Woche gesagt, Kevin Prinz hierher zur Eintracht, hätte keiner das geglaubt und auch als es jetzt fix gemeldet wurde, für viele immer noch so ein bisschen ein April-Scherz. Ich glaube, rein sportlich kann es Sinn machen nach der letzten Saison. Wenn er das wieder abrufen kann, ist er so ein Stehaufmännchen, dann kann er schon weiterhelfen, ja. Jetzt ging ja in der ganzen Geschichte ein paar andere Sachen richtig unter, ja, zum Beispiel Lukas Radetzky. Ich finde schon, dass es sehr wichtig ist, dass er bei der Eintracht bleibt. Für mich war er einer der stärksten Torhüter der gesamten Liga. Also ich fand, er hat auch letzte Saison wieder sehr stark gespielt. Adäquaten Ersatz zu finden, wäre sehr, sehr schwierig geworden und deswegen glaube ich, die Lösung jetzt, dass er bleibt und dann vielleicht im nächsten Jahr vor Free geht, nicht perfekt, aber es könnte schlimmer kommen können. Die ganze Vorbereitung war ja relativ unruhig. So richtig überzeugen konnte da noch gar keiner. Wie gut und wie bereit kann die Eintracht in diese Saison überhaupt starten? Vorbereitung war, glaube ich, Licht und Schatten, aber nicht nur bei der Eintracht. Eigentlich bei fast allen Bundesligisten gab es ordentliche Niederlagen. Sogar bei Bayern München, ja. Also Asienreise für den FC Bayern oder der Audi Cup eine Katastrophe. Jetzt geht es eigentlich erst los und erst jetzt ist der Bewertungszeitraum relevant. Ich finde schwierig noch und das macht mir so ein bisschen Sorgen, die Verletzungen. Marco Fabian jetzt auch mit der Operation fällt eigentlich komplette Hinrunde aus und das ist schon bitter für mich immer noch und glaube ich für fast jeden der Schlüsselspieler, der den Unterschied machen konnte. Und in diese Rolle, wer soll da reinwachsen? So schnell, glaube ich keiner. Auch kein Boateng, weil er auch erstmal ein bisschen Zeit braucht. Wer von den Jungs kann durchstarten direkt am Anfang? Also wer mir sehr gut gefallen hat ist Jethro Willems. Also hätte ich nicht gedacht, dass der die Position da so stark, so schnell spielt. Körperlich, seine Flanken, seine Robustheit. Also das ist ein adäquater Ersatz zu Basti Oczipka. Vielleicht sogar einer, der da noch eine Schippe drauflegen kann für die Zukunft, weil er auch noch so jung ist. Der Start ist immens wichtig, wissen wir alle. Jetzt spielt man beim SC Freiburg. Letztes Jahr hat man da verloren, man tut sich generell schwer. Du kennst Christian Streich, den Trainer der Freiburger sehr gut. Was ist von Freiburg wiederum zu erwarten? Ja, Freiburg hat auch große Probleme gehabt. Mit Vincenzo Grifo, mit Maximilian Philipp. Zwei der Top-Jungs weg. Adäquat hat man die nicht ersetzen können und kann das auch nicht. Jetzt hat man mit Terrazino noch mal was für vorne geholt. Aber auch der SC Freiburg ist so ein bisschen mit ein paar Fragezeichen versehen. Eigentlich muss man da schon punkten. Viele Experten haben ja die Eintracht zu den Abstiegskandidaten dieser Saison gezählt. Wie siehst du das? Nee, für mich ist die Eintracht genauso eine Wundertüte wie im letzten Jahr. Es ist irgendwie alles drin. Dein Tipp fürs Wochenende, was denkst du, wie wird es am Sonntag laufen? Und Niko Kovac hat gesagt, er will die Punkte mitnehmen. Ist das drin? Das ist immer drin, ja. Ich glaube, es wird aber trotzdem ein enges Spiel, sehr von der Taktik auch betont, weil auch Christian Streich ist jemand, der gerne am Matchplan rumtüftelt. Aber ich bin mir sicher, dass für die Eintracht was drin ist, ja. Das war's für heute bei Goldbrunner in Bernbeck. Und wie es am Sonntag ausgeht, können Sie natürlich live bei uns im Web verfolgen.